Was war dein bisher schönstes Erlebnis beim Bahnfahren? Was war dein bisher schönstes Erlebnis beim Bahnfahren? Welche Zugverbindung gefällt dir am besten? Welchen Koffer oder Rucksack nimmst du mit auf die Reise? Welchen Koffer oder Rucksack nimmst du mit auf die Reise? Welche Souvenirs kaufst du am liebsten am Bahnhof? Welche Souvenirs kaufst du am liebsten am Bahnhof? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns auf die Reise! Untertitelung des ZDF, 2020